Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Nach den Gerüchten um Tom Kraus gibt es auch direkt das nächste und zwar um eine Offensivverstärkung, denn ich denke wir noch im Offensivbereich müssen und werden wir uns verstärken, je nachdem welcher Trainer kommt, welches Team gespielt wird, vor allen Dingen auch auf den Flügeln. Und dazu passt nur noch ein Gerücht aus Dänemark, der in der dänischen Zeitung Tipps bladet, sollen wir Schalke Interesse an einer Verpflichtung von Luka Pripp haben. Pripp ist 24 Jahre jung, kann offensiv alles spielen, ist eigentlich auf dem rechten Flügel zu Hause, kann aber auch links spielen, wie auch als hängende Spitze und ist 1,82 Meter groß. Und bei Aalborg in der 1. Dänischen Liga überzeugt er dieses Jahr auf ganzer Linie. In der Meisterrunde hat er 9 Spiele gemacht, allesamt von Anfang an 5 Toren, eine Vorlage erzielt und vor allen Dingen in der normalen Liga, also vor der Meisterrunde, 22 Spiele gemacht und da starke 9 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Also der Flügelspieler kommt eher über Tore als über Vorlagen, ist aber ein Spielertyp, den ich mir auf Schalke durchaus gut vorstellen kann. Sehr, sehr dribbelstark, mit einem sehr guten Tempo, aber eben auch mit einem richtig guten Abschluss, mit einem ordentlichen Schusskraft, wie man immer wieder hört. Und somit ein Spielertyp, der uns ja im Kader so ein bisschen noch fehlen wird. Und er wäre wohl auch durchaus zu bezahlen, zumindest wenn man eben ein paar Einnahmen generieren würde. Denn sein Marktwert liegt bei 1,5 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft zwar noch drei weitere Jahre, aber trotzdem kann ein Abschied durchaus Thema sein. Und Luca Preb, ohne ihn jetzt wirklich oftmals gesehen zu haben, scheint wohl ein durchaus interessanter Kandidat zu sein. Nicht mehr, nicht weniger, aber ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass man genau bei solchen Leuten genauer hinguckt, die man eben auch durchaus finanziell holen könnte. Und somit das Gerücht, Luca Preb zu Schalke bislang nur in Dänemark zu hören, stempelt man jetzt erstmal ab als ganz normales Gerücht. Aber vielleicht wird ja irgendwie auch ein bisschen mehr dran sein, als man denkt. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalke. Wir sehen uns Travel. Wir sehen uns wonderfully fundiert. Wir sehen uns vom nächsten Video wieder.